Hallo, wir kommen aus Syrien und hier sind Weltkirchen. Mein Name ist Iva und ich spiele Flöten. Hallo, ich bin Jakob. Ich spiele gerne Fußball. Hallo, ich heiße Sascha und ich esse gerne Pizza. Hallo, ich bin Clement und ich bin zwölf Jahre alt. Ich bin Eva und ich zeichne schön. Hallo, mein Name ist Luca und ich spiele Klaviatur und Gitarre. Hallo, ich bin Sascha und ich spiele gerne Gitarre und Klaviatur. Hallo, ich bin Marco und ich komme aus Slowenien. Ich heiße Lea und tanze gerne. Mein Name ist Tiana und meine Hobbys ist fotografieren. Mein Name ist Dylan und ich möchte nach Polen, 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 Gleisen.